und mir den ball hankana noch mitnehmen er ist ein fegermann also wenn ihr wenn ihr unter kontrolle kriegt dann ist ja eine wahre bereicherung ich kenne ihn ja jetzt doch ein bisschen und naja aber bringt er dich öfter so ideen weil wie man schon sagt wenn du die falschen freunders dann geht das manchmal ganz schnell also eigentlich war es in welhanker meist nur alkohol ich denke aber mir und jalan werden ihn nicht an bord haben wollen ich glaube ich würde ihm die chance geben sich zu rechtfertigen und herauszufinden ob er normalerweise vernünftiger ist aber beides dabei zu haben ist schon ziemlich hart ja allerdings fragt man sich auch wie er da rangekommen ist naja kann er nicht so ein bisschen fliegen oder so wird er schon seine kontaktleute haben denke ich und vor allen dingen bei so einem ich meine für die normale mannschaft aufs deck kommt dann eine kleine untersuchung ist kein problem um viel zu finden wobei der fliegen kann oder diese gegenstände da laufen lassen kann er kann alles an bord bringen das ist auch gefährlich ja aber wohl ein legitimer punkt ja aber er ist dein freund wollte es wenn du sagst du vertraust ihm und sagst das war jetzt einmalige ausrutsche ok aber ich würde ihn nicht mitnehmen solche leute schmeißen wir auch sofort dass jeder soll nein halt raus ja auch jetzt kann ich euch noch magier ja das macht sehr schlimmer als besser wollte es wollen söldner der flech wird dem haus zu zweit aufs maul magier der auf einmal dinge sieht die da sind da wir nehmen wir mal als beispiel wenn aber mir das machen würde und auf einmal beschwert er ein feuerball mitten im schiff ganz schön sehen wie das schlecht für uns alle endet das wäre nicht so schlimm wir haben das vorher doch auch dieses mal recht gut unter kontrolle ja da waren auch nicht da waren aber auch keine menschen die da am boden liegen und brennen oder das war auch nicht am pulver das richtig aber naja gut am ende ist er selbst schon süchtig dann kann er auch nicht einfach aufhören könnt ihr nicht in seinen kopf gucken oder so also ich kann das auch machen aber nur finden wenn du willst könnte ich ihn verhören aber ich würde die wahrheit schon rauskriegen aber ich glaube nicht dass hier eben das so gefallen würde vielleicht etwas sanftere verhörer praktiken ja ich würde ihm schon nicht wehtun aber ich habe eine recht einschüchterndes wesen hat man mir schon mal gesagt ich würde es eher als einnehmend bezeichnen aber ja ich glaube euch beleidigen das kann ich mir nicht vorstellen ja also du kannst ja ich weiß nicht wollte das ist ja dein freund das musst du entscheiden ob du mit ihm reden willst oder ob wir immer mit ihm reden sollen aber ja also das können kann er nicht machen ich bin ja von ihm überzeugt aber ich denke an dieser stelle geht es nicht darum dass ich meine freund von meinen freunden überzeugt sondern dass meine freunde also hier von meinem freund überzeugt zeit deshalb wäre es wenn dann sinnvoll dass ihr mit ihm redet denn mich muss er ja nicht überzeugen ich denke dass er wenn es darauf ankommt fest im sattel sitzen wird bezweifelt ja an ihm deshalb sprecht ihr am besten mit ihm gut so wie du möchtest ich würde zumindest interessieren ob ihm klar ist dass der konsum von regenbogen staub ein boron frevel ist ja spätestens wenn er anfang kommt wird er das merken warum ist es denn ein frevel naja ein karfunkel ist ein seelenstein ja boron geleitet die seelen aber es ist deswegen als es von einem drachen und drachen kommen nicht ins totenreich ich weiß dass sie ein problem mit drachen habt aber die drachen wurden in den göttern als hüter deres erschaffen das ist nicht nur dass die großen drachen sind das verkörperte und personifizierte böse immerhin heißen die tage zwischen den jahren ja nicht umsonst drachen tage ja obwohl tags auch wenn sie das personifizierte böse sind dann solltet ihr trotzdem nichts von ihnen einnehmen oder aber es ist ja tot und zerrieben ja weil ich auch ja auch kein dämonen oder man kann auch teile von dämonen konsumieren und das ist nicht gut das kann ich mir gut vorstellen aber die sind ja auch außerhalb der schöpfung sie sind ja nicht teil von der gesamtheit ja aber im voltags du hast du mal davon erzählt dass wenn man von einem schatz von einem drachen etwas wegnimmt da könnte er einen verfluchen richtig was richtig was schon passiert aber überleg doch mal wenn du jetzt diesen kathunkelstein mit diesem das wichtigste von den drachen auch wenn der tod ist wenn du das dann endlich aufnimmst das kann auch nicht gut sein der drache kann ein ja nicht mehr verfluchen wenn der kathunkelstein kaputt ist darum geht es ja aber ich verstehe trotzdem es ist einfach zu gefährlich etwas von einem drachen ist immer gefahr behaftet immerhin fertigen wir aus den zähnen der drachen ja auch die dolche die drachenzähne an und die sind auch gefährlich richtig scharf ja ich spreche zu lamin wollte dabei sein wenn ich mit ihm spreche ich habe mir sagen lassen ihr seid netter als ich ja ich möchte mir gerne auch ein bild von ihm machen bisher kommt er mir vor wie ein absoluter idiot aber dann haben wir den gleichen eindruck dann geben wir ihm die chance diesen eindruck zu korrigieren und wenn wir uns hinterher immer noch so einig sind dann naja werden wir wohl auch zu einem ergebnis kommen vernünftig so könnt ihr noch den restlichen abend über die mannschaft philosophieren das was euch aufgefallen ist das was euch nicht aufgefallen ist und ansonsten noch ein bisschen rot und weiß die kamete spielen immer mal wieder abgelenkt durch das laute diskutieren von jalan beziehungsweise aus dem zimmer von jalan und das laute gestöne aus dem zimmer von abelmir bis ihr dann am nächsten tage wieder aufsteht frühstücken könnt und den tag beginnt was wollt ihr tun ja dann ist vermutlich kommt irgendwie rein wenn die anderen gerade sich wie sich zusammenfinden ich gehe mal nach steuermännern suchen ja wir treffen uns am tempel einen wunderschönen preis morgen gründe von einem wo zum anderen nun wie weit naja bereit ist vielleicht zu viel gesagt aber wir können anfangen ja habt ihr wirklich hervorragende kajüten etwas zu groß für meinen geschmack aber die wille hat etwas da ist ja ohne villa und kein schiff ne kapitän wo wir wo wir gerade hier seit ich und zulamin würden uns den ballern planer 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 noch mal schnappen und mit ihm reden über seinen seinen drogenkonsum sein nennen wir das geht beim namen gut wenn der mittlerweile wieder zum bewusstsein gekommen ist er ist unglücklich gefallen in die faust ja sachen gibt meine faust macht ihm vielleicht klar dass wir ein magier nicht brauchen können die nicht zurechnungsfähig ist und ohnehin mit den geweihten verabredet ach ja zulamin da muss ich mich an der stelle auch noch mal beschweren wieso kriegen eigentlich alle geweihten hier so ein persönliches gespräch und ich nicht was das denn für zustand unfassbar ja das wird mir aber leid da fühlt man sich richtig ausgeschlossen kräftig im nacken irgendwann nach der frech so was frech nur weil man hier korke weiter ist und keiner von den zwölfen ich wollte mich nur noch beschweren ja so ist das wenn man über jeden verdacht erhaben ist man wird nur benachteiligt ist schön dass das endlich mal einer sieht müssen wir sonst noch was für dich erledigen kapitän nein ich denke nicht ich würde heute nachmittag späten nachmittag den item elfer tempel auf die mannschaft abnehmen da müssen wir aber auch alle anwesend sein richtig und es wäre von vorteil richtig gut dann mache ich das mit den sollten an früher haben wir den tag bis dahin frei wo ist ja dann schon wieder versucht steuermänner oder frauen ich nehme an frauen aber egal oh ja ich allein ist auf der suche nach frauen das habt ihr interessant zusammen gefasst frosty könnte ich nachträglich noch eine menschenkenntnis probe auf den ingerim geweihten haben weil ich habe ja gesagt ich schlafe eine nacht drüber und überlegt noch mal in die box okay du sagst das so beleidigt wieso nee es ging also ich habe fast darauf gewartet aber eine mensch kennst du trotzdem in die box gefüllt klingst so wie wenn man ein spieler mit sinnenschärfe 23 schauen möchten was in der dunklen ecke ist und sage ich auch jahre verdeckt ja du hast kein schlechtes gefühl bei ihm also aber mir ich habe noch mal drüber nachgedacht und ich glaube erst wirklich so also ist ein komischer typ aber ich denke erst wirklich einfach nur an der arbeit an dem auf dem schiff interessiert ein wenig an dem ruhm wenn ihr ihm vertraut vertraue ich mir auch ich bin nicht begeistert von ihm aber er muss nicht mein bester freund sein und ich ich verdächtige ihn nicht ich denke wenn wir es ist wahrscheinlich kein falls sondern eher eine sicherheit dass wir jemanden an bord haben werden der nicht in unserem interesse handelt dann wird das jemand wesentlich unauffälliger sein ich hätte eine frage er wollte doch diese akkoluten ausbilden ja warum wenn wir ihm nicht wirklich vertrauen wie aber mir gesagt hatte warum engagieren wir nicht ein der zu seinem akkoluten ausgebildet werden soll der naja ich weiß nicht einem von uns bericht erstattet was er so in der akkoluten ausbildung lernt das wäre sicherlich nicht teuer und wir hätten ein auge darauf eine gute idee haben wir dann schon zimmerleitern aber wer wäre es nicht sogar noch besser wenn unsere überraschend charmante reier geweihten einfach ein interesse an ingrim gefälligen tätigkeiten entwickelt und einen von ihm ausgewählten jungen mann junge frau wie auch immer interesse heuchelt so haben wir keinen spion platziert aber kriegen trotzdem alle informationen und ist viel unauffälliger ich weiß nicht ob ich dafür die zeit finden werde ich glaube nicht dass das so lange dauert also ich würde mich anbieten aber ich glaube nicht dass mir jemand besonders viel erzählen würde und wir sollten auf jeden fall an groschminia bescheid sagen denn auch wenn sie nicht groß zusammenarbeiten werden werden sie doch gemeinsam die werkstatt benutzen das heißt sie sollte eigentlich viel von dem mitbekommen was er tut ja ein sehr guter punkt ein sehr guter punkt ja genau ich kann mit an groschminia sprechen immer mal wieder so über den ingrim geweihten wenn ich das ist das ist eine gute idee dass das klingt doch noch eine sehr guten überwachungsmöglichkeiten wenn er dann regelmäßig dahin geht sind wir immer informiert sehr gut das gefällt mir auch sehr gut ja kapitän können wir gleich noch mal unter vier augen was besprechen natürlich eigentlich jetzt ja ich würde aber mir mal in keine ahnung ein privates zimmer ziehen hast du die katzen schon gesehen kann ich habe sie noch nicht gesehen also wie viele sind es denn ich glaube es kommen die ganzen katzen aus der nachbarschaft aber ich denke wir sollten die mitnehmen die besonders verhungert aussehen weil siehst du die dicke da ich wette die hat einen besitzer die vor sich hier zum zweiten oder dritten mal durch guck mal aber die dicke die erinnert mich doch an wen so vom gesicht her dass welche meinst du diese da das gesicht sieht aus wie der alte drückeberger finde die katze sollte bevor sie nennen ich würde gerne den schwarzen kater damit nehmen er sieht so aus als hätte das drauf mit dem roten fangen er guckt immer so von sich überzeugt und willst du ihn nennen ach ich weiß noch nicht währenddessen bei raffin raffin was gibt es kapitän wo wir vorhin von spionen sprechen ich habe den allen verändern gesagt sie sollen sich beliebt unterhalb der mannschaft machen und mir bericht erstatten falls sich naja männer herausstellen die sich nicht als loyal oder frauen wie auch immer zeigen und ich würde die dann relativ schnell und einfach beseitigen gut unaufwendig ja ich wollte nur dass ihr mal davon gehört habt und ich habe mir gedacht die anderen haben vielleicht nicht den nötigen momen um das durchzuziehen aber nicht dass ihr nicht informiert zeit ich greife mein raffin an die schulter ich muss verständlich hochgreifen das hat sie gut gemacht danke auf ihn ich denke ihr habt ein ähnliches misstrauen wie ich ich glaube der feind ist schon an bord ich fürchte mit sicherheit den anderen fahren dann können wir trauen da würde in der land fahren dann können wir natürlich nur so weit trauen wie wir auch land vertrauen weil sie sind ihnen loyaler als mir und also ich da bin ich mir sicher wir werden sehen wir das schwarte schafes ich vermute dass es entweder ich vermute nicht dass es die matrosen sind sie sind zu niedrig irgendwas höheres denke ich naja dieser arzt wolf ich den kann ich auch noch nicht einschätzen den sollten wir echt mal unter unter wir sollen wir beobachten und die 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 schon an der gezeiten spinne ja ja lands alte freunde kann ich hier schwer einschätzen aber ihr kennt sie besser als ich vielleicht ist die mehr erst wenn ich das ärgern ist aber ich glaube man kann ihm trauen mal schauen wie sie es nach dem vertragseinschwören heute ronra tempel begibt ich denke nicht dass irgendjemand blut aus seiner nase läuft so offensichtlich werden sie nicht sein aber vielleicht haben wir ja glück die werden sehen lassen zurückgehen ja gut so könnt ihr euch den vormittag breit was erhalten bis ihr dann in richtung der kirche das effort geht ich werde den vormittag damit umgebracht haben nach steuermännern zu suchen also diverse afn knallen abgeklabbert und mit versprechungen von von heldenmut und vor allem anwerbeboni irgendwie kanal monatslohne oder so versucht haben da noch leute klarzumachen ich weiß nicht wie seraphim die torwoller nieder gebügelt hat könnte es sein dass hier zu konflikten kommt dann wird sich natürlich auch noch der ein oder andere bei dem bewerben der große pulk ist heute nicht los weil heute dann eben nicht derjenige tag ist den ihr auf eure ausschreibung zettel geschrieben habt aber die wird nach einiger zeit wenn ihr zwei personen gewesen und zwar sowohl ein steuermann als auch eine frau die gerne bei euch mitmachen mag und in den letzten zwei drei tagen auch nachgefragt hat er mehrfach bei dem steuermann handelt es sich um einen winter und wetter gegerbten also du kannst tatsächlich sehen dass ihm die sie ins gesicht geschnitten hat er hat einen dreispitz auf dem hut wenn er hier so sitzt seine eine elegante fliege um den hals gebunden und wartet dort gerade mit einem wein die frau der weil du kannst erkennen wie sie wohl braune haare hat um die 30 jahre eine schuppen rüstung die sie trägt und ja fetter kleidung würdest du sagen blicke die beider ich nehme an sie stehen zusammen drücken die der eine sitzt und meinen tisch und die andere sind am anderen tisch er trinkt wein und sie trinkt wasser und dann setze ich mich zu ihm erstmal hin hier seid ihr guten tag die götter mit euch und mit euch und das ist schön dass ich doch noch gefunden habe ich hatte gehört ihr wollt der steuermann anheuern zumindest bin ich einer wo habt ihr gedient nun in verschiedensten häfen zuletzt in fest um fest um es ist weit weg von zu hause dann was denkst du wo ich herkomme da ein wenig an kann ich vermutlich nicht so gut anordnen sieht mittelreich aus ja es kann vieles heißen zucken mit den schultern nun nicht auszorgern so viel ist mir sicher das ist richtig aber wer zu see fährt der wird viele helfen sehen und ich war auch schon anfang torwald selber habe ich noch nicht gesehen im horosreich war ich auch noch nicht aber die perlenmeerküste habe ich auf alle fälle angefahren ihr könnt mich dortoren und ihr könnt mit großen perten umgehen nun von einer zertacke potten gucken ich habe schon eigentlich alles gesegelt auch wenn mir die kleinere nicht so sehr lieb sind also wenn ihr jetzt mit einer lorche anfangen dann würde ich es vorziehen hier zu bleiben ich denke das wird sich einrichten lassen hervorragend hier soll angeheuert das ging schnell nicht erwartet was fand ich nicht fragen darf eine schiebohne könig schiebohne gang oder könig schiebohne davon gibt es hier wenig aber es gibt einige elemente die ähnlich sind zu denen die fest umgebaut werden nun verzeiht mir dass die sache ein wenig zügig vonstatten geht wir haben eine gewisse not was steuermänner angeht und ich bin gern dabei hervorragend ihr solltet euch etwa in zwei stunden im erster tempel einfinden er nickt trinkt sein wein aus und geht und setze ich mich noch zu der frau weil wir die direkt von ihm zu ihr rüber glaube sie wird das vermutlich beobachtet haben sie hatten sehr aufmerksam blick einfach die götter mit euch ebenso niemanden aufmerksamkeit nämlich dass ihr größten teil der unterhaltung mit gehört habt in dem ist so ich bin zwar eine steuerfrau doch ich würde mich trotzdem gerne dem ganzen anschließen und es interessiert mich was seid ihr jägerin mein name ist hüvilla marix fuchsäcker und ich bin die magistratin aus pericum mein vater sagte dass ein dass es von vorteil sein könnte wenn wir gemeinsame sache machen und ich kann eventuell den einen oder anderen magistraten in pericum davon überzeugen dass man den status von euch als gesuchten aufheblich macht wahrhaftig das klingt interessant und ihr wollt also was erneuern nun als schützern würde ich einfach sagen zwar nicht mit den großen aber wenn ihr feier und bogen bereit legt armbrüste all das optisches derzeit nicht wir gedenken in grundschirmbechern zu hören sollten sich welche finden gut ich bin mir sicher zweifellose expertise in diesem feld ich blicke noch mal irgendwie in ihrem schuppenpanzer herab wird uns wird uns da sicherlich zugute kommen nun wie gesagt ich bin zwar magistratin aber auch jägerin großes wild kleines wild das ist meine leidenschaft ihr kennt vielleicht mein bruder er war vor kurzem im aventurischen boden war der genau der der händler er hat er hat einen konvoy aufgebracht nicht wahr er ist der kapitän der schwarzen spielinja und wenn ihr mögt dann kann ich ebenso eine ein bündnis mit ihm arrangieren auch wenn mein vater ola marex selber ein pericum residiert aber es kann nur von vorteil sein wenn wir uns verbünden zu einer großen pericuma kabale nun auf alle fälle sollte sich die gelegenheit darüber geben wäre ich doch sehr dankbar würde ich uns gegenseitig vorstellen nun gut ihr könnt anheuern wenn ihr wollt findet euch im tempel ein dort werdet ihr die einzelheiten erfahren sie nickt übrigens dass mein bruder iodor ebenso magistrat wahrhaftig unsere familie hat also viel einfluss im pericum es kann nur von vorteil sein wahrhaftig umreiche familie wir können uns glücklich schätzen euch an wort zu haben ich bedanke mich tippe da noch mal einen hut trinken meinen halben bier aus alle von dann es gibt viel zu tun dafür dann vermutlich immer vertempelt also wieder zu den anderen möchtest du während der zeit auch noch eine ein kleines eigenes schiff für dich gekauft haben welche zeit habe ja ansonsten habe ich das nachmittag gemacht und dann macht das heute nachmittag möchten die anderen in der zeit noch irgendwas tun ja gut keine ahnung ja ich lasse mir von abel mir noch den schuldschein ausstellen wird um die 200 dukaten sein was ich für steht schon im forum munition ein paar peitschen da die offensichtlich vergessen wurden und so holen wir dann einige unserer seemänner um diese dann auf das schiff zu verladen ja hasswolf hat doch drauf geschrieben lange pieken denn das war ihm wohl auch sehr wichtig hat sich unglaublich doch darüber aufgeregt dass es keine langen pieken gab um die leiche aufzuschneiden wird dann direkt mit mitgenommen wie viele also zehn stück fände ich jetzt passend ich meine wenn da keine anzahl drauf steht haben wir zumindest mal zehn zur hand da kann man natürlich auch zum zum entern benutzen zum zum ranziehen oder zum abdrücken das würde eben auch funktionieren fählen bisher damit könnte ich die ganze mannschaft ausstatten aber zumindest zehn krieger wäre es möglich hier auf dem bazar wenn die kühl steine zu entstehen kleine also alles was größer als faust ist es sowieso verboten ich meinte eine ja genauso daumen große wenn petrisch deine kannst du verstehen sie natürlich teuer wie sau aber ich würde aber so ein paar dass ich ein hübsches collier daraus machen kann ja ich habe das glaube ich nicht aber schlecht ist ja egal ich kann ja aber auch jemanden zurückgreifen der das hat nein ich habe es auch zwei haben wir mal während du das kaufst wird dir wohl auch mehr oder weniger kommt das gespräch auf die meisterin der brandung die wohl im aktuellen hiesigen er ver tempel weil und zwar ist das korena montagos und die ist zwar im kriegshafen aber sie war früher fischerin in yanka und es erst seit dem fall des tempels in yanka hier meisterin der brandung für den golfer pericum beziehungsweise für den für die ja also für diese großregion und weil zurzeit entzogern das ist ja interessant meisterin der brandung also die hat noch größere habe ich auch gesehen hat so große so so funkel steine ist gar nicht dass sie so heißen wenn petrisch sagst du okay ich hab ja nur als funkel steine im sortiment ja und sind auf jeden fall auch sehr funkelig ist schon in ordnung wenn man die funkel steine nennt und diese meisterin der brandung ja ich bin voltags von der brandung also macht es sinn dass ich sie treffe nein ist ja nicht guter witz habe ich bin voltags von den wogen dass das war ein kleiner witz aber im kriegshafen sagst du ich weiß es nicht genau also sie ist halt entweder mehr ver tempel oder im kriegshafen ja gut das klingt doch schon mal gut dann wenn wir sie vielleicht mal aufsuchen vielen dank das war sehr aufschlussreich für den funkel stein dankeschön dir noch einen erfolgreichen verkauf dann würde ich zurück zu den anderen gehen ich würde ich würde vieles für noch wie veränderhalten dutzend die aufschreiben hängen kann es auch kaufen die gehören zur schiffsausstattung nicht unbedingt ich habe das schiff leer bekommen ich würde es nicht nachschauen was hinterhaken okay ich schaue noch was hinterhaken kosten ja fünf silber oder sowas